Musik Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Am Samstag ist kein Video gekommen und dieses Video kommt jetzt auch einen Tag zu spät. Und zwar geht es darum, dass dieser Kanal eigentlich gestern ein Jahr alt geworden ist. Sprich, es ist sozusagen Jubiläumstag. Ich wollte mich einfach an diesem Tag, an diesem besonderen Tag für den Kanal nochmal melden. Es ist am Samstag und gestern kein Video gekommen, weil ich für die kommende Woche, also jetzt am Montag, ein Projekt plane für den Kanal. Vielleicht, ich weiß es noch nicht, kommt in den nächsten paar, zwei, drei Wochen jeden Tag ein Video. Wenn alles gut geht, ich weiß es noch nicht, was genau passiert, werdet ihr morgen erfahren. Wenn alles gut geht, wie gesagt, Internet und die ganze Krönung. Ähm, besonders bedanken für das letzte Jahr will ich mich bei den jetzt eingeblendeten Kanälen. Ähm, alle sind unten in der Videobeschreibung verlinkt, also schaut gerne mal vorbei. Und somit verabschiede ich mich. Wir sehen uns morgen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.